Wolf hat sein Büro im achten Stock. Die Gänge liegen relativ ruhig da, obwohl beinahe alle Türen offen stehen. Beim Vorbeigehen sehe ich einige Lektoren Salatmümmel. Das erinnert mich daran, dass es gerade Mittag ist und ich nur eine kleine Schale Quark mit Müsli gegessen habe. Mein Magen protestiert prompt, als hätte er nur darauf gewartet, dass ich mich an seine Existenz erinnere. Hättest du nicht mehr essen können? fragt Andi giftig. Hast dir doch eben lange genug Zeit gelassen. Ich hatte nichts mehr da, außer einem Rest Müsli, verteidige ich mich. Ich hatte eine Deadline und habe danach nicht eingekauft, okay? Aber für deine Weibergeschichten hattest du Zeit, raunst er mich an. Ich rolle mit meinen Augen. Irgendwo werde ich ja wohl was zu essen kaufen können. Stell dich nicht so an. Andi haut mich gegen die Schulter. Ich haue ihn zurück. Dann sind wir an Wolfs Büro angekommen und das dumpfe Klomp, Klomp, Klomp unserer Stiefel verstummt abrupt. Da gehst du mal schön alleine rein, sagt Andi, plötzlich wieder steif und abweisend. Ich will diesem Irren nicht nochmal begegnen müssen. Einmal hat vollkommen gereicht. Und was ist mit Snyder? Er könnte mir hier auflauern. Er schnaubt? Ich glaube nicht. Es sei denn, er ist wie Batman draußen an der Fassade hochgeklettert. Schwarz 1 und 2, die bis jetzt verdächtig ruhig waren, recken die Hälse. Aber es gibt außer einer geschlossenen Tür nichts zu sehen. Ja, ja, mach dir nichts ins Hemd. Ich klopfe an und warte auf Wolfs gebrülltes. Rein! Beeil dich, sagt Andi. Ich schnaube. Darauf kannst du Gift nehmen. Ohne noch mehr Zeit zu verlieren, öffne ich die Tür und schiebe mich ins Büro. Wolf sieht besser nicht, dass ich mit Begleitschutz gekommen bin, sonst kommt er noch auf seltsame Gedanken. Tom! Brüllt er mich an, kaum dass ich meinen Kopf ins Büro reinstecke. Wieso bist du denn so spät, Mann? Ich hatte unterwegs einen kleinen Unfall, teile ich ihm mit. Die Polizei hat mir Sachen geborgt. Schick, was? Wolf glotzt mich an wie eine Erscheinung. Du siehst aus wie eine von diesen Swatch-Wuchteln, grollt er. Wolf kann nur brüllen und grollen. Dazwischen gibt es nichts. Jegliche Verben, die auf die gesprochene Sprache anwendbar sind, können ersatzlos gestrichen werden, unter anderem wispern, raunen, kreischen, quäken und normal sprechen. War ein übler Unfall, was? fragt er. Schlimm genug, um die Jungs vom Swatch-Team auf den Plan zu rufen. Stimme ich milde zu. Wolf fegt das mit seiner groben Pranke beiseite und wuchtet sich in seinen Schreibtischsessel. Ist ja auch egal. Du bist endlich hier. Ich muss mit dir über Harry reden. Schlimm genug, aber Gott sei Dank redet er nicht weiter Müll über die SWAT-Einheit. Wolf vergisst gerne mal, dass wir hier in Deutschland sind und nicht in den USA. Was ist mit Harry? frage ich so interessiert wie möglich. Tom, Junge, das Manuskript ist der Renner, brüllt er mich an und springt wieder auf. Sein Stuhl quietscht laut, irgendwas knackt. Wahrscheinlich macht er es nicht mehr lange, der Stuhl, aber das wundert mich nicht. Wolf ist für sein Alter erstaunlich lebhaft und mindestens genauso rücksichtslos. Er sieht aus wie einer dieser Redakteure aus den 50er Jahren. Faltiges Vierkantgesicht, ehemals weißes, nun von Schweiß- und Kaffeeflecken verunstaltetes Hemd, graue Hose und eine fette Wampe, über die sich Hosenträger spannen, um besagte graue Hose an Ort und Stelle zu halten. Sie schaffen es nicht immer, was schon zu unschönen Zwischenfällen geführt hat. Danke, danke, murmele ich. Irgendwie erinnert Wolf mich immer an den Redakteur von Peter Parker, nur eben in Fett und ohne Schnauzer. Auch das wedelt Wolf beiseite. Ja, ja, aber den Schluss kannst du nicht so lassen. Junge, Harrys Freundin darf nicht sterben, sie hat ihn doch eben erst vom Untergang gerettet. Ich rolle diskret mit den Augen. Das ist die einzige logische Möglichkeit, widerspreche ich. Wenn sie nicht stirbt, kann ich das Buch in die Tonne treten und ein neues schreiben. Mann, Junge, denk an deine Fans, die werden ausrasten, brüllt Wolf durchs Büro. Die erwarten ein Happy End. Gibt es sonst noch Stellen im Manuskript, die dir nicht gefallen? Frage ich ungeduldig. Wolf schüttelt seinen massigen Bulldoggen-Kiefer. Nee, aber eine Stelle gefällt mir ganz besonders gut. Die nutzen wir für unser Cover. Er nimmt sich eine mit Leuchtmarker verzierte Seite und zitiert. Harry wusste, dass es hart werden würde. Doch das war ihm egal. Ella war die Frau, die er liebte, die er immer lieben würde. Der Rauch seiner Zigarette verflüchtigte sich in der sternklaren Vollmondnacht. Von seinem Posten aus konnte er bequem Ellas Schlafzimmer beobachten und sie vor Übeltätern schützen. Sie hatte die Vorhänge zugezogen, aber das Licht von innen malte ihre zauberhafte Silhouette auf den zarten Stoff. Sie zog sich gerade mit geschmeidigen Bewegungen um und bürstete sich dann die Haare. Irgendwoher erklang leise, melancholische Jazzmusik. Ich kann gerade so ein Stöhnen unterdrücken. Wenn Wolf es laut vorliest, merke ich erst recht, was für einen Schund ich fabriziere. Ich kann es Andi nicht verübeln, dass er sich über mich lustig macht. Und überhaupt, was hast du denn fürs nächste Buch geplant, wenn du Ella in diesem abtreten lässt? Wolf wandert aufgebracht herum wie ein aufgedunsener alter Tiger. Nicht, dass ich das gut finde. Naja, ich dachte, ich lasse Harry schwul werden und spreche damit eine völlig neue Zielgruppe an. Was meinst du? Wolfs Gesicht wird bedenklich rot, als er mehrmals nach Luft schnappt. Ich muss gestehen, dass ich seine Entrüstung noch um einiges amüsanter finde als Andis gelegentliche Wutanfälle, zumal Wolf extrem leicht zu reizen ist. Harry ist nicht schwul! Wolf schlägt mit seiner massigen Tatze auf den Schreibtisch. Einige Blätter meines Manuskripts segeln zu Boden, wo sie unbeachtet liegen bleiben. Mach keine Witze, Tom! Schnaubend versuche ich, mein Lachen zu unterdrücken. Aber wir sind doch nun mal im 21. Jahrhundert und es gibt viele Männer, die erst im fortgeschrittenen Alter herausfinden... Schluss! Ich verstumme gehorsam und betrachte meinen Brötchengeber aufmerksam. Noch hat er seine Voodoo-Puppen und Nadeln nicht rausgeholt, aber das kommt vielleicht noch. Sie stehen für jeden sichtbar in der Vitrine neben seinem Schreibtisch. So absolut nichts dagegen, auf völlig unlogische, okkulte Praktiken zu vertrauen, um seine Autoren zu bändigen. Wahrscheinlich kommen seine überdurchschnittlichen Erfolge daher, dass sich die Leute von seinem pseudo-schamanischen Gorilla-Gehabe tatsächlich einschüchtern lassen. Ich seufze. Wahrscheinlich sollte ich endlich mal Tacheles reden, auch wenn heute eigentlich der denkbar ungünstigste Zeitpunkt dafür ist. Andererseits hat es mich ja schon zweimal fast erwischt. Da kann ich es genauso gut drauf ankommen lassen. Weißt du, sage ich daher vorsichtig, ich dachte, ich lasse Harry im nächsten Buch den Fall lösen und dann abtreten. Wolf versteinert mitten im Schritt. Oh-oh! Was? Brüllt er entsetzt und wirbelt herum. Er versprüht Spucke wie ein tollwütiges Tier. Du willst die Reihe beenden? Warum? Was soll das? Er hampelt stapfend durch das Büro, als er versucht, einen Schlüssel aus seiner Hosentasche zu fummeln. Weil Harry alt wird und mir nichts mehr einfällt, sage ich ehrlich. Und weil ich keinen Bock mehr auf ihn habe, aber das sage ich lieber nicht laut. Wolf ist wahrscheinlich Harrys größter Fan. Und ich will nicht für die Sauerei verantwortlich sein, wenn sein schwarzes Verlegerherz bricht. Warum tust du mir das an? Er klingt beinahe wie das Tier, nachdem er benannt wurde, aber das hätte seine sprachmelodischen Fähigkeiten dann doch überfordert. Willst du mehr Geld? Ist es das? Nein, Wolf, ich... Sieben Jahre kennen wir uns jetzt. Sieben! Und so dankst du es mir, fällt er mir ins Wort. Harry ist einfach ausgelutscht, versuche ich ihm zu erklären. Dass dieser Rotz überhaupt Fans hatte, ist schon wundersam genug, aber dass Wolf es noch weiter auswalzen will, schlägt dem Fass echt die Krone ins Gesicht. Es war lustig, aber ich will allmählich was anspro... Äh, anderes probieren. Ich huste. Mist, hätte ich mich fast verplappert. Wolf reißt die Tür zu seiner Vitrine auf und holt eine Puppe heraus, die anscheinend mich darstellen soll. Wir haben einen Vertrag, Tom, grollt er mich drohend an. Er tastet blind nach den Rouladenspickern. Und dieser Vertrag sagt eindeutig, dass du sechs Bücher liefern musst. Genau. Fasziniert verfolge ich Wolfs Patschehand, die gereizt an der Spiekerschachtel herumfummelt. Sie sieht beinahe wie eine fette braune Spinne aus. Man möchte am liebsten draufhauen und sie dann im Klo runterspülen. Aber fünf habe ich ja nun schon abgeliefert und... Nichts und. Ich verlängere den Vertrag. Der Boss ist einverstanden. Er mag Harry. Junge, sei nicht dumm. Ich schüttle den Kopf. Wie kann etwas, das als Spaß angefangen hat, mich jetzt so nerven? Ich würde lieber was Neues schreiben, Wolf, beharre ich. Vielleicht versuche ich mal mein Glück mit diesem kitschigen Frauenroman. Das hatte ich schon lange vor. Oh ja, sehr lange. Jede Frau, die ich bisher kennengelernt habe, hat diesen Mist gelesen. Es wird Zeit, dass jemand das Genre aufmischt. Wolf hat einen Spieker erwischt, spiegt die Puppe aber nicht. Vielmehr sieht er aus, als ob er ihn mir am liebsten direkt ins Herz rammen würde. Frauenromane? Du bist wohl total bescheuert, tobt er. Du bist ein bekannter, beliebter Krimi-Autor und willst Frauenromane schreiben. Bei meinem Pech gefällt den Bossen der Scheiße auch noch. Ich fühle mich geschmeichelt. Danke sehr, sage ich artig. Brüllt Wolf. Er besinnt sich auf die Nadel in seinen Fingern und beginnt die Puppe damit zu malträtieren. Ich finde es nicht nett, dass er vorwiegend die Stoffklöten des armen Kerls attackiert. Es klopft an der Tür. Wolf kriegt das in seiner Raserei gar nicht mit. Schwarz 2 steckt seinen Kopf rein, betrachtet meinen Verleger für einige Momente in stummem Staunen, dann erinnert er sich daran, was er wollte. Wir haben einen Anruf bekommen, sagt er leise. Unser Chef hat uns zu einer Lagebesprechung gerufen. Wir müssen sofort los. Okay. Schwarz 2 schließt die Tür nur langsam. Er ist offensichtlich von Wolfs cholerischem Ausbruch fasziniert. Dessen massiges Fettdepot schwabbelt rhythmisch hin und her und auf und ab. Beinahe wie eine fleischgewordene Lavalampe. Ich unterbreche deinen Feitstanz ja nur ungern, aber ich muss jetzt los, sage ich, kaum dass Schwarz 2 die Tür wieder zugemacht hat. Es hat ja keinen Sinn, das Unabwendbare aufzuschieben. Wolf hält schnaufend inne. Was? Jetzt schon? Aber wir haben doch noch gar nichts besprochen. Ich weiß. Lass uns einfach in den nächsten Tagen telefonieren, okay? Tom, es geht hier um deine Zukunft im Verlag. Wolf läuft schon wieder rot an. Wenn du dich jetzt verpisst, bin ich mit dir fertig. Es klopft wieder an der Tür. Himmel, soll ich mich zerreißen oder was? Ja, ja, schnauze ich die Tür genervt an. Respektloser Bengel, poltert Wolf. Ich werde dich aus der Telefonliste löschen. Ich werde deinen Vertrag canceln. Ich werde. Ich beschließe, dass das ganze Theater hier zu nichts mehr führt. Gereizt reiße ich die Tür auf, um Wolfs Tirade zu entkommen. Schwarz 1 und 2 sehen aus, als wäre heute schon Weihnachten. So sehr zerrt das Grinsen an ihren Gesichtern. Was? zische ich. Nichts, Herr Pohl, gar nichts, lügt Schwarz 1 mit zuckenden Mundwinkeln.